Fußball 2000 kommt mit uns an stille Orte und kuschelt mit mir und Stefan euch in die Saison rein. Wir werden mal einen Schritt zurück machen, um die Saison ein bisschen zu bewerten, bis hierher die Pause nutzen, um ein bisschen runter zu kommen, ein bisschen zu kuscheln, ein bisschen aufzukehren, was bei der Eintracht so passiert ist. Während ihr abonniert, Road to 50.000 Abonnenten. Also, ich werde jetzt hier so weit, so lange verharren, bis ihr das gemacht habt. Abonniert, abonniert. Und währenddessen denke ich darüber nach, warum solche Orte eigentlich stilles Örtchen heißen. Also zumindest bei Stefan ist das alles andere als still in diesem Ort. Fußball 2000. Wir laden euch ein, mit uns einen kleinen Schritt zurückzumachen, um einen größeren Blick aufs Gesamtgeschehen werfen zu können. Ein bisschen raus aus der situativen Aufgeregtheit. In meinem vertrauten Setting, Stefan und ich wachen immer so auf zusammen. Exakt, genau so. In Trikot auch. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen euch mal mit und haben natürlich jetzt kein Spiel zu besprechen, weil es war Länderspielpause, aber ich glaube, gerade diese Länderspielpausen sind ganz gut, Stefan, um mal so ein bisschen aus der, wie ich es genannt habe, situativen Aufgeregtheit rauszugehen. Boah. Um vielleicht einen größeren Blick drauf zu werfen, was bei der Eintracht gut und schlecht läuft und wie das allgemeine Eintracht-Gefühl gerade ist. Und deswegen kannst du auch gleich damit anfangen. Stefan, wie fühlst du dich gerade? Ich kriege schlecht Luft in dieser Position. Nein. Mein Doppelkinn drückt mir auf meinen Brustkopf. Wie es mir geht mit der Eintracht, meinst du? Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wegen der Ergebnisse einerseits dieses Jahres, in dieser Saison. Andererseits irgendwie, weil, wenn ich das mal ganz offen sagen darf, die aktuelle Mannschaft, die finde ich zwar spannend, aber ich merke auch, wie sie emotional noch nicht so allzu viel mit mir anstellt. Das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass es jetzt der x-te Umbruch war, den du hier irgendwie Jahr für Jahr bewältigen musst. Und ich merke so, wie ich irgendwie Spieler wie Hugo Larsson oder so oder den Pacho ziemlich geil finde. Aber dann gleichzeitig irgendwie denke, ja, das ist irgendwie jetzt schon wieder eine neue Truppe. Und die Leute kommen und bleiben nur noch ein Jahr irgendwie. Und es sind viele Leute gegangen, die auch ein bisschen da waren, so ein Kamada zum Beispiel und so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, also ich bin noch nicht, weißt du, ich bin noch nicht so richtig in der Eintracht-Saison drin, merke ich so. Ja, es geht mir auch so. Dann lass uns mal anfangen, weil du hast es angesprochen, das Kommen und Gehen immer wieder Spieler. Das war ja diesen Sommer wieder so und gefühlt mit dieser Moani-Sache, aber auch ohne die Moani-Sache auch unglaublich aufgeregt. Ich erinnere mich an eine Zeit so, als das anfing mit Krösche und Glasen so ein bisschen zu brodeln. Du hast diese Pressekonferenzen gehabt, du hast Krösche gehabt, der Platz vier gefordert hat, aber dann keinen Spieler geholt hat, bla bla. Es war dann diese Zeit, wo ich nicht mehr ins Stadion gehen konnte, ohne dass irgendjemand zu mir kam und gesagt hat, Hier, Basti, welchen dem Klasner und dem Krösche, was sagst denn du da dazu? Und ich so, ich weiß es nicht und keine Ahnung und eigentlich ist der Klasner doch ein guter Trainer. Vielleicht sollte sich mal einer mit dem Krösche beschäftigen und so weiter. Und dann kam diese Phase, wo dann Dino Topmeller im Gespräch war und der Topmeller und bla bla. Es war ja so wirklich, wenn wir mal zurückblicken, echt ein aufregender Sommer in so vielen Dingen, dass ich jetzt sagen muss, dass es dafür eigentlich okay gelaufen ist, bei all der Kritik, die ich jetzt später auch noch äußern werde. Aber überleg mal, aus was für einem Sommer wir kommen. Diese Krösche-Glasner-Geschichte war, glaube ich, nicht so ohne. Du hattest Hellmann, der fast bei der DFL gelandet wäre, du hattest parallel Spieler, die gegangen sind mit Kamada, Indika und dieser Moani-Geschichte. Also es war ja, wie gesagt, im Sommer echt viel los. Und dafür geht es doch eigentlich. Ja, absolut. Also der Umbruchspielerseits ist irgendwie das eine. Dann hat es natürlich dieses Heckmeck, Krösche und Glasner, das zog es ja auch schon seit dem Frühjahr irgendwann. Eigentlich, glaube ich, hat man das immer mal gehört schon in der Rückrunde, dass es da nicht so richtig gut funktioniert zwischen den beiden und so weiter. Das war schon irgendwie ein relativ offenes Geheimnis. Ich fand die Rückrunde echt enttäuschend, sportlich. Ich glaube, das ging allen so. Das ist dann auch immer so ein bisschen gesagt worden, vor allem, das hat nichts mit der Situation zu tun und so. Ich sehe das anders. Ich glaube, sowas, weißt du, wenn du in einem ganz normalen Betrieb arbeitest und da ist ständig Heckmeck auf der Führungsebene, dann macht das auch... Kann ich nichts zu sagen, ich habe nie in einem normalen Betrieb gearbeitet. Dann geh mal schaffen. Geh mal normal schaffen, so wie ich. Nee, und ich glaube tatsächlich, dass das, also wenn du die ganze Zeit auf dieser Führungsebene im Stress hast, dann macht das was mit den Leuten, die drunter arbeiten. Und selbst wenn das halt Profifußballer sind, glaube ich, geht das nicht irgendwie einfach an dir vorbei. Letztlich, glaube ich, war die Trennung irgendwie dann auch folgerichtig. Also spätestens bei dieser Halbwutrede da bei Union Berlin, als Glasner da irgendwie, ich glaube, tut da und weiß nicht, wen da noch angezählt hat. Da dachte ich schon, okay, das wird nichts. Und dann ist es auch in Ordnung, dass du dich dann trennst. Ich finde Topmüller eine spannende Wahl nach wie vor. Der hat es tatsächlich einfach, Bundesliga-Fußball ohne Stürmer spielen lassen, schwierig. Das ist ja jetzt das Ding. Ich meine, diese Glasner-Geschichte ist dann meiner Meinung nach für das Konfliktpotenzial und für das Explosionspotenzial, was es hatte, einigermaßen gut ausgegangen. Weil ich habe auch damals den Leuten schon gesagt, so, am Ende müssen wir uns hier nicht für eine Seite entscheiden. Also es gibt wahrscheinlich Wahrheiten auf Glasners Seite und auf Grösches Seite, die alle valide sind. Und aber trotzdem hat Grösche dann meiner Meinung nach im Sommer die Lage gut beruhigt. Er hat sich auch nicht provozieren lassen von diesen ganzen Stimmen gegen ihn. Er ist auch noch ein junger Sportdirektor, Sportvorstand, der das dann meiner Meinung nach bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Sommer echt gut gemacht hat. Muss auch noch wachsen. Nein, es kam ein Spiel danach. Nächsten Schritt machen. Und dann habe ich mir so gedacht, der kriegt diese ganze Geschichte echt gut abmoderiert. Dass das quasi nicht so ist, dass, und das passiert ja, aktuell läuft es an gewissen Stellen nicht, aber es ist ja keinerlei Geschrei Richtung Glasern. Das finde ich auch gut. Trotzdem glaube ich, dass er im Sommer irgendwann aufgehört hat, die Situation vollends zu befrieden. Weil du hast es gesagt, du hast jetzt einen neuen Trainer geholt im Sommer. Ich glaube, mit Topmeller konnte man sich dann auf den zweiten Blick auch anfreunden. Du hast im Endeffekt, ganz ehrlich, wir beide sind eh ganz, ganz leicht zu beeinflussen. Du brauchst mir nur diese Bye-Bye-Bye an Topmeller-Story erzählen. Ja! Topmeller, geil! Da ist Topmeller! Juhu! Und dann hat er irgendwie nochmal diese Frankfurt-Choreo angesprochen. Frankfurt makes trouble und bla bla. Clever von ihm, ey. Ja, dann wird man halt abgeholt. Und ehrlich gesagt, für mich hat das gereicht. Für mich hat auch dann quasi Krösche sich in der Öffentlichkeit so verhalten, dass ich auch damit meinen Frieden gemacht hatte, dass ich eigentlich zufrieden war im Sommer. Dass ich dachte, hey, es wird was Neues passieren. Und anders als du, gar nicht mit so einer, oh, die Spieler kommen, Spieler gehen, Müdigkeit reingegangen. Das war im Sommer noch gar nicht so. Das ist jetzt erst so in den Spielen an mir passiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass die halt das erste Mal jetzt seit Jahren nicht so diesen krassen Offensivfußball spielen, wo du das Gefühl hast. Oder auch nicht gerade aktuell die Spieler haben, die irgendwie, was weiß ich, wie so ein Kolo Moani oder auch so ein Lindström, den ich irgendwie echt spektakulär fand. Oder davor irgendwie die Büffel hat oder so. Da war ja quasi eben mal Ramba Zamba und jetzt ist das erste Mal seit ein paar Jahren, dass es der Mannschaft irgendwie schwerfällt, so irgendwie geilen Fußball zu spielen. Und dann ist es natürlich auch irgendwie schwieriger, irgendwie mitgenommen zu werden. Vielleicht liegt das Problem bei mir. Vielleicht bin ich verwöhnt. Vielleicht bin ich ein Event-Erfolgshaini geworden. Das ist, glaube ich, der letzte Vorwurf, den ich dir machen würde, weil wenn da kein Titel rauskommt dieses Jahr, Leute, dann gebe ich meine VIP-Karten ab. Nein, aber ich finde das interessant, weil ich glaube, wie es dir geht, geht es viel und mir geht es auch so und vielleicht auch den ganzen Verein. Weil ich glaube, dass du aus diesen rauschhaften Jahren einfach mit einem Kater rechnen musstest. Es kann nicht immer so weitergehen, dass du von Peak zu Peak dich reitest. Du bist aus diesem Pokalsieg gekommen, du hast dann dieses Halbfinale im Europa-Pokal. Doch! Es soll immer so weitergehen. Was ist denn los? Titel, Titel, Titel jetzt. Das ist wie beim Eishockey-Manager. Wenn du einmal einen gewonnen hast, dann willst du den nächsten. Immer weiter, immer weiter. Wovon sprichst du das jetzt erst? Ich bin ein verhinderter Bayern-Fan eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Ich merke es gerade. Mir ist auf mir, ey. Natürlich kann da jetzt keiner erwarten, dass es so weitergeht, außer auch mir. Ich finde das auch okay. Ganz im Ernst. Ich meine, dafür, das heißt ja immer, wir suchen nicht vergessen, wo wir herkommen, bla bla und so. Und dafür ist die Mannschaft natürlich trotzdem eine unfassbar talentierte Truppe. Und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben hier alle irgendwie Benjamin Huggel und Selim Theber auflaufen sehen. Jahrelang ist hier gar nichts passiert. Das ist natürlich total geil. Trotzdem ist es so... Der ist der Esel, Alter. Oh Gott, was macht der wohl, ey? Hat der immer noch in Bad Homburg irgendwelchen... Ah, nee, warte mal, der hat Regenlage. Ich kenne euch Koblenz auch so. Schöne Grüße. Ja, nee. Ja, es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen... Ich vermisse so ein bisschen auch die... Weißt du, so ein Kulomanie, ne? Da haben wir ja x-mal drüber geredet und so. Und auch jetzt die Art und Weise, wie dieses Jahr dann zu Ende gegangen ist für den und so. Aber das war ein Spieler, der hat dich echt von Sitzen gerissen, ne? Und dass so Leute... Dass es klar ist auch mittlerweile, dass die Verhältnisse im Fußball so sind, dass so Spieler bei einem Verein wie ein Jahr weg sind. Spätestens nach zwei. Das ist halt schade, ne? Auch so ein Luka Jovic, der kommt dir ja an, braucht ein Jahr und dann schießt der die Netze kaputt. Und dann ist der halt weg für 16 Minuten. Das ist jetzt die Welt, in der wir leben, der Fußball, in dem wir leben, so. Aber ich bedauere das ein bisschen, ne? Also wenn du denkst, früher auch so ein, weiß ich, Toni Gebohr, da müsste man mal gucken, wie lange der da war. Aber bestimmt fünf Jahre. So. Und in der Rückschau kommt mir das wahrscheinlich auch vor wie irgendwie zehn Jahre oder so. Ja, ja. Oder, keine Ahnung, ne? Und irgendwie, das ist halt nicht mehr so. Und das finde ich halt... Da kommt jetzt auch der Nächste, da bin ich mir ziemlich sicher. Ey, wenn Hugo Lasson weiter so performt, ne? Dann ist der nächstes Jahr auch eine absolut volle Rakete. Vielleicht bleibt er dann ein Jahr. Wahrscheinlich geht er trotzdem für 40 Minuten nach England. Und dann will ich den Pacho genauso oder mal gucken, welchen Stürmer sie ausbuddeln im Winter und so. Aber so diese Halbwertszeit ist nicht mehr so richtig da. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Weil ich hätte so Leute ganz gerne... Ich wäre gerne in einer 90er-Jahre-Bundesliga, wo du so ein Ensign Jeboa einfach fünf Jahre behalten kannst. So. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Ich glaube, dass meine Stimmung deiner ähnlich ist. Aber bei mir sind andere Gründe dafür verantwortlich, glaube ich. Weil ich finde, das, was du sagst, bietet die Eintracht eigentlich. Die Eintracht hat echt ein gutes Gespür für Fans und auch für Identifikationsfiguren. Du hast mit Trapp, mit Rode, mit Chandler... Du hast ja schon Gesichter auch... Können wir die letzten zehn Minuten rauschneiden? Nein, du hast ja schon Gesichter in dieser Mannschaft über Jahre, die mir genau dieses Gefühl geben. Und ich bin auch tatsächlich in dem Modus, spätestens seit Ante Rebic mein Herz gebrochen hat, nicht mehr so desillusioniert oder nicht mehr so... Ich habe nicht mehr diese Illusion zu sagen, ah, keine Ahnung, das wird für immer so bleiben. Das heißt, mit diesem Spielerdurchlauf habe ich mich arrangiert. Und ich hatte auch irgendwie nach einem gewissen Europapokalkater, den ich in dem Jahr nach dem Europapokal hatte, aber nicht ausleben konnte, weil dann die Champions League dazu kam, den habe ich schon hinter mir. Und ich hatte echt Bock auf die Saison, weil es kam ein echt interessantes Spiel. Und du hast schon gesagt, William Pacho ist mein absoluter Lieblingsspieler. Das ist einfach, wie du sagst, wahrscheinlich der Nächste, der für viel Geld geht. Aber dann ist es so und damit kann ich auch leben. Was bei mir momentan dieses Gefühl hervorruft, was du auch hast, dass ich nicht in die Saison reinkomme und nicht komplett angezündet bin, ist tatsächlich, und dabei bleibe ich und ich weiß, dass die Leute das nicht hören wollen, dass du halt innerhalb dieser Gegebenheiten, die dich nerven, die ich aber akzeptieren kann, Fehler gemacht hast. Und das ist, glaube ich, das Dramatische bei mir. Also, dass man so tut, als wäre das, was im Sommer passiert, geht das alternativlos und dann wird dann gesagt, man muss einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorne zu gehen. Das mag alles richtig sein, aber die Art und Weise stimmt halt nicht. Weil du hast einen neuen Trainer, du hast eine neue junge Mannschaft und du hast halt ein Umfeld, was auch vielleicht in so einer Kater-Situation ist und ich glaube, die Conference League hat. Ja, was auch notorisch aufgeregt halt ist. Ja, und ich finde es halt unnötig, dass du den Trainer in die Situation gebracht hast, in der er gerade ist, weil ich finde, ehrlich gesagt, dass er geile Ansätze vom Fußball hat und dass er an gewissen Stellen Dinge macht, die ich vermisst habe. Und das ist genau zu denken, wir fangen jetzt mal an. Abwehr fallen. Nein, wir fangen jetzt auch mal an, irgendwie zu denken, klar, Highlight-Spiele hatten wir immer unter Hütter, unter Kovac, haben wir immer gegen die geilen Mannschaften geil ausgesehen. Du wusstest, wenn Leipzig kommt, wenn Dortmund kommt, dann geht's vorwärts. Ja, auch fressen. Aber wir hatten halt einmal diese Graubrot-Spiele, die wir nicht bestreiten konnten und ich habe das Gefühl, dass Topmüller dafür echt gute Lösungen findet und dass er auch eine Lösung findet, die nachhaltig ist. Dass du weißt, okay, wenn Topmüller mal fünf Jahre theoretisch hier war, dass man weiß, okay, er hat hier Dinge implementiert, von denen die Eintracht auch nach ihm noch profitieren kann. Ich glaube schon, dass das so ist und Glas hat auch schon, meiner Meinung nach, damit angefangen, dass sich hier ein bisschen was verändert, dass die Eintracht ein Verein ist, auf den mehr Leute achten und dann musst du auch einen anderen Fußball spielen. Du kannst nicht mehr dann sagen, wir sind die überraschende Eintracht, die die Liga totrennt, weil das wird irgendwann dekodiert. Und ich glaube schon, dass die Eintracht... Eintracht decodet. Ja, dass die Eintracht dann den richtigen Schritt gemacht hat. Aber trotzdem, dass das eklatant bleibt, was da im Sturm passiert. Stürmer! 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 Weil du halt jetzt irgendwie eine Diskussion hast, wo Leute Ferry fordern, wo Ferry eine halbe Stunde spielt, wo du mit dem Gang kam jemanden hast, der einfach völlig unnötig krass schon im Fokus ist und du halt auch eine Gefahr hast, dass die Hinrunde einschläft, weil man merkt es ja bei dir, dass man nicht reinkommt. Und dann ist die Hinrunde auch schon vorbei. Und dann ist halt die Frage, ob du im Winter, wenn du dann das fehlende Puzzleteil ergänzt, überhaupt nochmal in diesen Modus kommst. Oder ob man sagt, das war eine komplette Übergangssaison, wo dann erzählt wird, ja, das mussten wir machen, ich dabei bleibe, dass das nicht stimmt. Also mir am meisten nervt mich dieses Getue der Alternativlosigkeit. Und das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, man muss das jetzt ändern, man kann es jetzt auch nicht ändern. Ich lasse mich auf die Situation ein und ich habe an der letzten Folge schon gesagt, ich will, dass die Eintracht halt dann wenigstens mit Platzhalterstürmer spielt, dass du wenigstens die Statik hast, dass ein Körper vorne drin ist, dass man dann einfach im Winter nur den Körper ersetzen muss. Den Körper ersetzen? Ja, nein. Man muss den Körper ersetzen. Dann bin ich auch dabei. Aber die so ein bisschen, fuck sie mich, aber ich will halt so ein Bewusstsein haben, dass die Leute wissen, dass das scheiße war und man sich jetzt nicht öffentlich rettet, nur um seinen eigenen Arsch zu retten. Ja, man hätte halt, das ist der große Fehler, man hätte halt einen Safety-Stürmer holen müssen. Also wenn du irgendwie sagst, du brauchst vielleicht sogar zwei Stürmer, musst du einen halt holen oder Boree behalten, zack. Und ich finde schon, man ist jetzt in der Situation halt, das ist dumm. Das ist auch gefährlich, dabei bleibt es. Das Ding ist, ich glaube in der Liga, das ist eine dieser ätzenden Saisons, wo die ganzen Retorten und Werksclubs halt alle performen und keiner patzt. Das heißt, die ersten sechs Plätze sind eh weg. Und das ist tatsächlich auch ein ziemlich großer Umbruch. Mal gucken, wie die einfach da irgendwie, wenn sie jetzt aktuell achten, das finde ich auch irgendwie echt erstaunlich tatsächlich, aber wahrscheinlich wird es, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es liegt halt auch an dem Startprogramm, ehrlich gesagt, was unglaublich einfach war. Ja, mal gucken, mal gucken. Also das Ding ist, da muss man abwarten, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, gegen so mitspielende Gegner mit ein bisschen mehr Platz, das könnte auch schon, das hat auch in den letzten Jahren immer mal wieder gut funktioniert. Man muss sich jetzt halt einfach durchwurscheln. Das ist das Ding und das ist das Problem und das ist halt auch ärgerlich. Aber zum Beispiel hat man sich gegen Heidenheim relativ erfolgreich durchgewurschelt, finde ich. Und da hast du, wie gesagt, auch schon gesehen, dass eine ganz andere Wucht herrscht mit zwei Stürmern vorne. Selbst wenn der in Gangkamp gar nicht so ein gutes Spiel gemacht hat, aber einfach, dass er da ist und dass der ein bisschen Entlastung schafft und so, das ist schon viel wert. Bei Ferry, keine Ahnung, der ist halt 18 oder so. Ich bin ein großer Fan, ehrlich gesagt, von dem, weil ich finde, ich würde den anderen mal ausprobieren, den Noel Footcoy. Einfach, einfach nur, um es mal zu machen, einfach wie beim Bundesliga-Manager. Wie du erst probiert hast, einfach zu sagen, ja, den anderen, weil du keinen Bock hast, deinen Namen auszusprechen. Bist du doch gar nicht. Was ist denn mit dem Namen? Wie spricht man den aus? Noel Footcoy. Footcoy? Footcoy. Okay. Ja. Und vielleicht, ne, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt Alarion noch, aber das ist, glaube ich, vielleicht in einem anderen Leben mal wieder irgendwann. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, dass man bei Alarion, auch ich, sagen muss, ich hatte auch große Hoffnung, weil die müssen wir begraben. Also alleine für die Teamchemie, weil es scheint ja nicht so zu sein, dass er gewillt ist, mit Engagement und Integrationswille da irgendwie in diese Mannschaft sich reinzuarbeiten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verzichte ich lieber auf ihn, als dass sich die Chemie dieser Mannschaft gefährdet, dass du Spieler hast, die sich im Training den Arsch aufreißen und dann spielt so einer, obwohl er irgendwie seit einem Jahr gar keinen Bock mehr hat. Und das ist so, das ist schade, weil ich bin der Letzte, der keinen Stürmer haben will. Ein Stürmer, der funktioniert. Ein Mittelstürmer. Sturm. Stürmer. Stürmer. Also ich kann uns allen gerne das Gegenteil beweisen, aber A, wie er öffentlich angezählt wird, finde ich bemerkenswert tatsächlich. Also da muss ja wirklich die Leistung echt erstaunlich sein. Und alles, was ich höre aus dem Umfeld, der Eintracht spricht überhaupt nicht dafür, dass der überhaupt noch Bock hat, das nochmal zu versuchen. Darüber würde ich ehrlich gesagt nicht nachdenken. Wenn ich jetzt stehen würde, würde ich mich aufregen. Aber wir sind hier in einer entspannten Situation. Stefan Reich hat auch eine beruhigende Aura auf mich. Deswegen, lass uns Alario vergessen, ehrlich gesagt. Im Endeffekt, wenn er dann doch nochmal auftaucht, dann ist es umso besser. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, womit man seine Hoffnung irgendwie füllen sollte. Deswegen, du hast es gesagt, wir müssen diese zwei jungen Kerls, die wir in der Regionalliga haben, dann eventuell jetzt als, ja, wie soll man es sagen, als Thomas Storr, soll ich sagen, als Stuntman einsetzen. Geht nochmal der Song. Äh, ja, ein unbekannter Stuntman. Ja, ein unbekannter Stuntman. Er macht Action für die Stars. Er macht Action für die Stars. Und vielleicht sind Ferry und Footcoid die unbekannten Stuntman. Ich würde mich freuen. Footcoid, glaube ich, hat sich verletzt im letzten Regionalliga-Spiel. Sehr gut. Ich weiß nicht, was er hat. Gute Besserung an dieser Stelle. Komm schnell wieder. Comeback Stronger. Ein unbekannter Ausdäckselstürmer. Er macht Action für den Allario. Bis im Winter einer kommt. Dann spielt er wieder originalig. Kannst du uns mal einen Eintracht-Thomasa-Song rausbringen? Gerne. Eintracht-Country, Alter. Geiles Genre. Eintracht-Country. Thomasa, nein. Weißt du, wie wir schon so blödeln? Ja, Stefan. Das ist alles erlaubt. Nein. Wo waren wir stehen geblieben? Allario. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Nächstes Thema. Sollen wir einen kleinen Ausblick wagen? Das würde ich tatsächlich jetzt machen. Wir haben jetzt die Situation, wie sie ist. Und du hast schon gesagt, ich glaube, selbst wenn der eine oder andere Spieler noch ein bisschen Zeit braucht. Oder vielleicht dann auch einfach nur Platzhalter und Stuntman ist. Dass das trotzdem der Statik des Spiels gut tut. Dass das Chabee und Mammut gut tut. Und dass das jetzt einfach the way to go ist. The way to go wird jetzt auch anstrengend, ehrlich gesagt. Weil wir spielen in Hoffenheim. Dann hast du nochmal den Europapokal. Dann hast du Dortmund vor der Brust. Und ich weiß gar nicht, wer der andere Gegner noch ist. Aber es sind jetzt auf jeden Fall wirklich Wochen. Die Wochen der Wahrheit. Knackig zugeht. So. Ja gut, wie gesagt, also ich glaube, ich sehe da nicht so schwer. Ich finde auch, dass das natürlich ein extrem dankbares Auftaktprogramm eigentlich war, wo du hättest mehr mitholen müssen. Wie oft ich mich heute schon hätte aufgeregt. Aber diese liegende Position hilft mir. Vielleicht solltest du mehr liegen in deinem Leben. Das mache ich gar nicht gegen den Punkt. Daran liegt es nicht. Und wie gesagt, also ich glaube, dass es aber durchaus sein kann, dass man gegen spielerische, bessere Gegner durchaus auch Ergebnisse holen kann. Also ich sehe es nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich mit der Statik, die du vorher hattest, ohne Stimme sogar besser. Dass du in Hoffenheim schlägst oder dass du auch gegen Dortmund zu Hause was holst. Ist zu Hause, glaube ich. In Hoffenheim? In Dortmund meine ich. Also die sind natürlich stark und so, aber ehrlich gesagt, das waren sie in den letzten Jahren auch. Und da war immer irgendwie, gerade in den Heimspielen war immer was möglich. Die Situation könnte besser sein, aber jetzt, keine Ahnung. Könnte auch schlechter sein. Ja. Ehrlich gesagt, das muss ich auch immer mal zu mir selber sagen, weil du hast gesagt, der Kader ist geil. Es fehlt halt wirklich nur ein, zwei Spieler. Ja. Und dann wäre es schon geil. Und die einzige Sorge, die ich halt in mir trage, ist nicht, dass das jetzt, also ich habe keine Sicherheit, dass das jetzt komplett am Arsch geht. Aber du hast das Risiko halt erhöht, dass es so ist. Weil ein Verein wie Eintracht Frankfurt, das merkst du an Gladbach, das merkst du an Stuttgart und so. Und solche Feinde sind immer auf Kante genäht. Ja, ja. Da musst du halt wirklich die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass du abkackst, weil du hast gesagt, wenn die Werksfeinde performert, kannst du eh nichts machen. Wenn du es dir dann, das Leben schwerer machst, dann kannst du halt einfach diesen Flow verlieren. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und ich glaube auch, dass man mit dem Spirit jetzt reingehen muss. Weil wir sind nicht chancenlos in Hoffnung. Wir werden dort mit über 10.000 auftauchen. Ich werde da sein. Ich werde abends noch meinen Geburtstag feiern. Kommt alle vorbei. Und dann hast du Dortmund. Adresse blenden wir ein. Dann hast du Dortmund zu Hause. Ja. Wo immer eh ein Sonderspiel ist. Du sagst, es ist halt Dortmund zu Hause. Jeder hat Bock und die Stimmung wird geil sein. Und Dortmund ist auch Dortmund, ehrlich gesagt. Ja, ja. Dortmund ist im Endeffekt. Ist immer gut dafür. Mal irgendwie Scheiße zu bauen. 6-1 in Frankfurt zu verlieren. So ein Beispiel. Das kann und soll passieren. Noe, Footkoy, Viererpack, ey. So, Footkoy, mein Friend. Ey. Und ja, und deswegen glaube ich schon, dass man einfach auch bei aller Meckerei, die ich habe, den Hafen der Rückrunde leicht erreichen kann. Dass du sagst, wenn du dann im Mittelfeld rumdümpelst und holst dann im Winter zwei Stilmer, und ich glaube, die werden gerade schon fix gemacht, weil man hört ja viele Gerüchte, dass du dann wirklich in der Rückrunde abgehen kannst. Ich glaube auch. Und das Ding ist, also wie gesagt, ich glaube, dass die ersten sechs, sieben Plätze, das wird super schwierig dieses Jahr. Also einfach, weil Leverkusen... Auch okay ist. Und das will ich mal sagen. Wenn Eintracht Frankfurt nicht um die ersten Sieben kommt, dann ist alles ganz normal gelaufen. Guck, dass du jetzt bis zum Winter dich stabilisierst. Aber ich meine, stabil sind sie, aber dass du quasi die jungen Spieler noch ein bisschen mitnimmst. Dass der eine oder andere vielleicht sogar noch einen Satz macht. Und dass du deine Punkte halt einfach holst, dass du nicht irgendwie in die Verlegenheit kommst, dann plötzlich nach unten gucken zu müssen. Das kann natürlich auch passieren. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, gerade in dieser relativ schwachen Bundesliga aktuell. Und dann guck, dass du im Winter nachlesst. Und ganz im Ernst, konzentrier dich halt ein bisschen auf die Pokalweb. Weil warum nicht? Du hast eine relativ spannende Conference League, wo dich keiner daran hindert, weit zu kommen. Dasselbe gilt jedes Jahr eigentlich als mittlerweile für die Eintracht im Pokal, im DFB-Lokal. Da hast du jetzt ein dankbares Los in Köln. Das ist, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob dann noch eine Runde ausgespielt wird dieses Jahr oder dann im Januar die nächste ist. Ich glaube, es ist dann erst im nächsten Jahr. Dann hast du da so einen 40-Tore-Stürmer dir natürlich geholt. Und dann hindert dich nichts daran, in den Pokalwettbewerben weit zu kommen. Und dann guckt, dass du in der Liga irgendwo hinter den Spitzenplätzen landest. Dann ist alles in Ordnung bei euch. Ja, und ich glaube, abschließend für diesen Ausblick kann man auch... Aber wir sollten das wirklich immer im Ligen machen. Ich bin auch total entspannt. Ja, ist geil, geil. Was man halt auch sagen kann, ist, vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn die Eintracht gar nicht so diese krass spektakuläre Saison spielt, weil dann eben das, wovor du Angst hast, nicht passiert. Ich vergleiche das ein bisschen mit dieser Freiburger Mannschaft, die dann auch irgendwie alles gut gemacht hat. Aber es war nie jemand dabei, der komplett herausgeragt hat, sodass die alle Spiele überhalten konnten. Weißt du, was ich meine? Man sagt, okay, wir stabilisieren uns jetzt, wir studieren Systeme ein und in diesem Prozess sticht vielleicht jetzt der eine oder andere nicht so krass heraus, dass der im Sommer schon weggekauft wird, sondern dass wir dann ab nächsten Sommer halt einfach mit zwei Stürmern ergänzt eine Mannschaft haben, die sich dann schon ein Jahr kennt, wo dann vielleicht noch eine oder andere Ergänzung vielleicht auf den Außenbahnen stattfinden muss als Backup für die Verteidigung. Aber dann sagen kannst du, okay, wir haben uns vielleicht nicht für Europa qualifiziert, aber wir können dann ab nächsten Sommer ohne Dreifachbelastung mal mit dieser Mannschaft zumindest mal ein Jahr komplett angreifen und dann vielleicht ein bisschen Gas geben. Ich glaube, das ist trotzdem noch möglich und ich glaube auch, dass Grösche da in Gesamtheit die richtigen Dinge tut. Halt, wie gesagt, vorne hat das meiner Meinung nach verkackt und er muss halt auch immer mal diesen einen elementaren Fehler pro Transferperiode ausmerken. Ja, das sollte nicht passieren. Du hast einmal diesen Lammers, Pellegrini, kein Innenverteidiger, Moani, kein Stürmer. Das sind schon vier Sachen in ein paar Transferperioden, die trotzdem erwähnt werden können. Eigentlich jedes Mal so ein Schnitzer dabei, ne? Das darf nicht passieren, das sehe ich, ne. Also Markus, aber ich finde ihn trotzdem alles in allem positiv, finde ich. Also ich mag ihn trotzdem irgendwie. Ich finde auch, dass er gute Arbeit macht und im Endeffekt, wer, wer nicht, ich könnte sich mit Leuten identifizieren, die eigentlich ganz cool sind, aber ab und zu große Fehler machen. So, Freunde, schreibt ihr mal in die Kommentare, lasst mal ein Like da. Ich habe euch heute ein bisschen Ruhe gelassen, was das betrifft. Ich hoffe, das belohnt ihr, indem ihr trotzdem liked und kommentiert. Und Stefan und ich werden jetzt mal regeln, wer hier der große Löffel und wer der kleine Löffel ist. Also, bis nächste Woche. Ciao. Wie machen wir das jetzt? Hör auf, lass mich. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Wenn ihr zwei echten Experten zuhören wollt und nicht zwei bräsigen Amateuren sich im Bett rumwälzen, dann könnt ihr hier einschalten und den geschätzten Kollegen Phil und Chris beim Quatschen zuhören. Danke.